So, hier sind wir wieder bei The Witcher 2. Ich habe die Qualität ein bisschen hochgeschraubt. So, ich weiß gar nicht mehr, was müssen wir noch mal machen? Einen Weg in den Tempel finden, stimmt. Okay, dann gehen wir mal hier weiter. Ja, es laggt ein bisschen. Hallo, soll ich laggen? Okay, da, gehen wir mal kurz da rein. So blöd. Was haben wir denn hier? Blindern wir ein bisschen hier. Oh, auch eins. So blöd. Ich glaube, das ist viel zu viel für meinen PC. Viel zu stark, viel zu roh. Das ist ja echt nicht so schön. Vielleicht sollte ich es bisschen runterschrauben. Was haben wir hier? Orange. Und... Verschlossen. Okay, dann... Gucken wir mal weiter. Ich glaube, ich soll es bisschen runterschrauben. Gucken wir mal. Ach, so blöd. Okay, das sind... Könntet ihr uns nicht freilassen, Soldat. Lass mal. Aber wir sind unschuldig. Der König bestimmt, was mit euch geschehen. Ach, die Arme. Ich glaube, das ist eine schlechte Idee gewesen mit dem Hochschrauben. Was haben wir hier? Nichts Wichtiges. Ich glaube, die Sachen verlieren wir später eh. Deswegen frage ich mich, ob es überhaupt Sinn macht. Hallo? Die Sachen einzusammeln. Na ja, wir plündern lieber ein bisschen hier. Verlieren haben wir sowieso... Ach so, Moment. Wir haben doch vorher eine Aufwertung bekommen. Ich glaube, ich sollte mal meine Jacke, meine blaue Streifejacke, verbessern. Ja, Aufwertung, Rüstung. Lederaufwertung. Ich mache es auf ganz hoch, also alles. Alles, was geht. Hör mal. Stärke. 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 Rüstung. Was haben wir gesagt? Joa, das sieht schon mal ganz gut aus. Was haben wir hier? Hosen. Lederkirchen. Nö, 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 nö. Was haben wir hier? Nix fallen. Bomben. Na ja. Okay, dann gehen wir mal weiter. Jetzt werdet ihr euch für euren Verrat verantworten, ihr Dreckschweine. Blöd. So viele Kerle fallen. Und das wegen eines Frauenzimmers. Ich muss es wahrscheinlich runterschrauben. So geht es irgendwie nicht weiter. Ach Gott. Was haben wir hier? Orange. 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 Und nochmal Orange. Was ist da passiert? Was ist denn los? 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 Aber wir sind unschuldig. Aber eins muss ich sagen. Ey, die Qualität ist echt super. Sieht echt sehr schön aus. Obwohl die Stadt jetzt brennt, aber trotzdem. Es sieht schön aus. Geld. 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 Eisenerz. Geld. Geld. Naja, okay. Plündern wir mal. Ich glaube, hier bekommen wir auch eine Mission. Was mache ich denn ohne Daumen? Die müssen wir glaube... Jetzt werdet ihr euch für euren Verrat verantworten, ihr Dreckschweine. Ich weiß. Ich glaube, da vorne oder? Was haben wir hier? Nee, brauchen wir nicht. Wir haben eine Politik. Nein, nein. Ah, ich AG. Ich glaube, jetzt fängt es an. Oh Götter! Hilfe! Hilfe! Oh meh! Ich... Ich bitte. Ach, ja, ja! Was habt ihr mit dir gemacht? Oh, Maul halten. Ihr zahlt jetzt deine Kriegssteuer. Gold und Silber auf den Tisch. Und Schnauze halten. Was ist? Hilfe! Hm. Diese Leute sind unbewaffnet. Scher dich hier weg und misch dich nicht ein. Raus hier oder ich bringe euch alle um. Hört sich am besten an. Ihr verschwindet entweder jetzt oder gar nicht mehr. Euer Fleisch gebe ich den Streunern. Kommt, gehen wir. Das ist ein Mörder. Los! Herr, wir danken dir. Danke. Nicht zu danken. Pass auf dich auf. Seid vorsichtig. Das nächste Mal habt ihr vielleicht weniger Glück. Versteckt euch irgendwo. Ich muss meine Frau suchen. Ich habe gesehen, wie man sie und die anderen zusammengetrieben hat wie Vieh. viel Glück. Ja, einfach viel Glück. Ich glaube, wir müssen sie finden oder die anderen halt. Wehe den Besiegten. Was haben wir hier denn sonst noch? Die Königsmörder. Militäres Herz. Guck mal. Bleibbleibble. Bleiben wir bei Wehe den Besiegten. Also den armen Schweinen, denen wir helfen müssen. Doch am besten wir laufen erstmal weiter. Ähm. Das Feuerwerkere schwarzen Seelen reinigen. Gehen wir hier mal rein. Und klündern weiter. Geld. Schön. Nicht schlecht. Wieder Geld. Verschlossen. Nicht so gut. Dann gehen wir mal raus und ähm. Sagen wir den Leuten mal unsere Meinung. Aha. Ich bin gleich da. Rat noch kurz. Verschlossen. Na ja. Okay. Jetzt bist du dran. Es ist besser so. Für alle. Ich glaube, das befehlst aber der Einheit. Ich glaube, wir müssen hier mal sprechen. Da los. Du hast hier nichts zu suchen. Doch. Ich habe hier was zu suchen. Lass die Leute in Ruhe. Sie sind unschuldig. Das sind keine Leute. Das ist La Valette Satans Brut. Unkraut, das sich ausbreitet, wenn man es nicht mit Stumpf und Stiel ausrottet, sodass es nicht mehr nachwachsen kann. Verrat verbreitet. Verrat verbreitet sich wie eine solche. Darum kommt hier keiner lebend raus. Und du? Misch dich da nicht ein. Doch. Ich werde mich einschließen. Pfff. Ich werde mich einschließen. Ich lasse nicht zu, dass ihr wehrlose Leute ermordet. Ja. Was willst du denn machen? Dich töten. Dich töten. Die Seele kann ich nie vergessen. Ich habe Zeugen, dass ich dir nicht ans Leben wollte. Ja. Ja. So. Ähm. Was machen wir nun? Ähm. Erstmal für Dallin. Ist richtig scheiße und es leckt. Was machen wir? Ähm. Ich würde mal sagen. Wir fangen mit Irden an. Ja. Eindeutig. Ich muss. Ich muss. Ich muss die. Ich muss die. Die Stellung. Geht so nicht weiter. So kann ich mich spüren. Hier nochmal. Es läuft mal in den Falle rein. Er ist verratiert. Aber das wird übergewertet. Du hast gewonnen. Verschone dich. Verschone dich. Verschone dich. Raus aus dem Haus. Und Finger weg von den Leuten. Tür freiräumen. Ich werde hier von Bericht erstatten. Du wachst schon wem. Berichte wem du willst. Rennt nur ein einziges Haus nieder oder fast eine Frau an und der König selbst wird von euren Untag. In der Tat. Das wird er. Ähm... Weiter plündern, weiter plündern. Ich glaub, hier waren wir stehen geblieben. Ah, weiter plündern und die Leute rennen. War das hier? Jetzt lauf schon rein. Mensch... Nö, aber plündern können wir ja auch. Ich hör die Leute schon schreien. Wartet! Ich bin gleich da! Wartet auf mich! Ich glaub, hier müssen wir rein. Sie haben noch vorhin eine Umgabe. Ja, na genau, da sind sie. Da sind sie. Lasst uns in Ruhe! Ihr seid frei. Mein Thema. Seid vorsichtig. Versteckt euch, bis dieser Irrsinn aufhört. Aber wo? Tja, das ist jetzt dein Problem. Ich habe dich gerettet und meine Mission ist... Müsste endlich jetzt beendet sein. Was wird jetzt aus uns? Komm mal. Ah, Level aufgestiegen. Aha, okay. Gut, okay. Ähm... Ja, da unten. Da. Ist erledigt. Aber... Ah, jetzt. Okay. Weden ist es. Erfolgreich. Abgeschlossen. So. Das arme Schweine unter mir ist tot und wir plündern hier mal weiter. Und dann müssen wir noch einen Weg finden. Zum Tempel. Also ich mag es zu plündern. Also ich werde schon im ganzen weiteren Verlauf des Spiels sehr viel plündern. Da ist es verschlossen. Und ja, jetzt wird mal Zeit, dass ich mich mal bessere. Was haben wir hier? Ähm... Zähigkeit. Parieren. Parieren hat sich gut an Tapferkeit. Umlenken von Pfeilen. Messer werfen. Energie Regeneration. Ich... Mach mal parieren, oder? Ja. Fähigkeit kaufen. Das ist Level 3. Wer kämpft da? Wer kämpft da ohne mich? Das geht mal gar nicht. Was ist da los, hä? Was ist da los? Ein paar Krähen. Ach, wer sind die Arme, Leute. Ach... Schneekurt. Wir fangen mit. Ähm... Wir fangen mit. Wir fangen mit. Ein Ignion. Aber es legt zu stark. Ich meine... Ich hab schon alles gemacht. Ja, ja, das ist schön. Ah, ja. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Ah, alles. Wunderbar, dass alles so... Flüssig läuft. Ja. 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 Zurückweichel. Ja. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ich schieb dich ab. Geh weg. Ich bekomme ein wenig mit. Was ist da los? Wenn das so weiter geht, dann... Geh weg. Geh weg den Rixxar! Geh weg den Rixxar! Geh weg! Nein, das blöd! Man, Mann... Ja... Okay, mal kurz. Geh weg den Rixxar! Geh weg! Geh weg! Gleich mal lesen! Seinenes! Einheiten ziehen sich zurück, unversichtlich zurück und verteilen ab sofort die Zuwege zum Tempel. Die Stellungen sind, um jeden Preis zu halten. Tod dem Tyrannen. Okay. Nichts Wichtiges. Befehle müssen wir nicht umlesen. Wo kommen die denn her? Die haben wir doch schon alles durchkämmt. Aus der Erde gewachsen? Tja, aber wusstest du es nicht? Die Menschen wachsen aus der Erde. Mann, Mann, Mann. Hier haben wir doch gegen den Drachen. Okay, nicht gecams, sondern sind doch geflohen, oder? Geht zu dir da dran, ne? Na schön, schön, dass es flüssig bleibt. Sehr schön. Na wunderbar. Können wir hier rein?